Drei Monate nach der Brandkatastrophe in einem Wohnhochhaus in London hat am Donnerstag eine öffentliche Kommission mit der Untersuchung des Unglücks begonnen. Unter Leitung des ehemaligen Richters Martin Moore-Big sollen die Mitglieder den genauen Hergang des Unglücks im Grenfell Tower nachzeichnen und Ursachen herausfinden. Uns ist bewusst, dass nicht nur viele Menschen durch das Feuer getötet oder verletzt wurden, sondern dass auch viele Überlebende unter dem Erlebten leiden. Wir wissen auch, dass viele alles verloren haben und immer noch auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Das alles kann die Untersuchung nicht ändern. Aber sie kann und wird Antworten auf die drängende Frage finden, wie so eine Katastrophe im London des 21. Jahrhunderts passieren konnte. Und damit wird sie, so hoffe ich, etwas Trost spenden. Die Kommission wolle unter anderem herausfinden, wie der Entscheidungsablauf war, der zum Einbau der brennbaren Fassadendämmung geführt habe, sagte Moore-Big weiter. Bei dem Brand am 14. Juni waren mindestens 80 Menschen getötet worden. Das Feuer hatte sich schnell über die Außenfassade auf das ganze Gebäude verteilt. Viele Opfer wurden im Schlaf von den Flammen überrascht.